es gibt einen neuen bonuscode und damit meldet sich der prägerant zurück aus der welt von drakensang online so vor kurzem hat bigbond einen bonuscode wieder rausgehauen und zwar lautet dieser der dammgutscheine so das richtig geschrieben gut schon wird eingelöst wird relativ lange eingelöst so und da haben was was gibt es denn schönes es gibt einmal kleeblatt einmal glücks fairen 150 in final ding hat er vergessen und premium sie gleich im inventar drei tage normales premium was kann man kurz schon wie haben denn die dinge jetzt noch mal geheißen weil ich da jetzt wirklich den namen vergessen habe ich sag dazu immer in final scherben die final zugänge so ja und vier glücks fairen so haben denn die sich jetzt ein genießt das sind sie glücks fairen des fieslings weit wurf da kann jetzt an alles drin sein und auch tragen eine herzliche kurs hand dann sind raken dann sind raken dann sind raken dann sind raken johann kurs hand emoticon deshalb dieses jahr mal ganz kurz schauen emoticons kann ich das hier kaufen ja 5389 an der mand habe ich mir jetzt erspart das ganze kommt emoticons hier in die sammeltasche rein sehr schön dann der grund warum dieser bonuscode überhaupt rausgekommen ist ich blende jetzt den screenshot ein und zwar da kommt deswegen da es technische probleme gibt verzögert sich release 209 um ein bis zwei wochen was auch immer diese technischen probleme sind ich bin kein programmierer aber auch desto aber lief es relativ gut dann möchte ich dir noch viel spaß mit dem code das premium sich dann natürlich landet im inventar kann man dann natürlich einlösen wann man will und ich würde sagen es geht beim nächsten mal weiter